eigentlich und sind schon bei 108 sternen angekommen wo wir bei 104 das letzte mal waren und ja schon bei 108 sternen angekommen wo wir bei 104 das letzte mal waren mein stream überschneidet mich und so das ist ja jetzt blöd gewesen jetzt wird man mich da doppelt kurzzeitig ja ist das zu sehr aufgefallen okay und ich muss mal außerdem noch was rein schieben ich will nämlich ja natürlich habe ich ein f wort gesagt hat irgendjemand gesagt du ich sag doch keine f-wörter sowie vogel was ja auch mit f geschrieben so was haben wir eigentlich jetzt noch offen wenn ich fragen darf wie kann ich hier weiter klicken ich kann mal mit was andere oh gott nein ich habe aber ich oder muss ich wummswuchtwall da ist noch einer und büberberg bob hat auch noch ein ok wummswuchtwall büberberg bob und dann die grüne giftgrotte dann machen wir erst mal wummswuchtwall das ding halt das ding ist das ding ist bumster genau ein stern im vor im fort ein stern in einem pkw namens fort ja fahren sie doch vor ort wenn wie war das fahren sie mit der befragung vor ort und hinter dem prozess her haben sie der ein übersicht so diesmal schaffe ich es und bäaam so macht man das mit der abkürzung die wollte ich nämlich eigentlich schon beim ersten mal geschafft haben wo ich das zeigen wollte und dann komme ich da nicht so hoch ach ja das ist viel angenehmer ne nur die hände benutzen nur nicht die füße und den ganzen anderen vor allem beim schwimmen moment mal wo ist denn das eigentlich wo ich den ja weil ich ja gerade auch varios mütze haben wollte der eine hat einfach in den check geschrieben so ein mist ja hier brauchst du vario das weiß ich auch deswegen denke ich mir auch so ein mist aber auch so aber diesmal gehe ich den richtigen weg zu vario und zwar hier lang und dann schieße ich mich doch gleich dahin wo ich hin will ich wette das geht ich schieße mich einfach gegen den walter gegen das doofe ding da oben und bin ich gut jetzt ist die frage wo kann ich gegen hauen hier bestimmt nicht oder es ist irgendwo unten wer will wen nicht dissen ich wollte den einen also ich kann seinen Namen nicht aussprechen und jetzt sagt der Saga äh der Hase und der dessen Name ich nicht aussprechen kann der dessen Name Woldemord weil ich der eine gesagt habe weil ich seinen Namen nicht aussprechen kann aaaah ich komm hier nirgends rein also muss ich weiter hoch gut der dessen Name nicht aussprechen kann Cthulhu jaaah ungefähr so T4 Wuuu keine Ahnung ich glaube es wird Tavuk ausgesprochen aber ich bin mir auch nicht T4 Wuk ok ich glaube das ist ein scherz ich bin mir aber nicht sicher vielleicht ist es wirklich so also Stuhlhase 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 ach komm schon der Hase hat geschrieben T4 Wuk Wuk komm das habe ich hier für Probleme Lottweil die Mord so wo ist denn jetzt aber eigentlich die ja Cthulhu kann ich sagen Cthulhu 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 und Hase auch Cthulhu das ist noch einfaches Deutsch Cthulhu und wo muss ich jetzt hier hauen damit ich das kriege was ich will Cthulhu 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 oh mann Cthulhu nein ich habe keine Bücher von HP Cthulhu 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 eine Frage und zwar hast du die Bücher von H.P. Lovecraft gelesen? Cthulhu danke ich habe die Frage beantwortet und du stellst sie mir Cthulhu 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 auch schön Cthulhu 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 so hohe ich wollte so wand ist der einen schreibt so hallo herrn licht und leid dann halt so ein mensch dessen namen nicht ausgesprochen werden kann übrigens dieser tipp war völlig falsch der mir gerade im chat gegeben wurde dieser lange es ist nämlich ein anderes level ist der stern in der festung oder so was also man soll hier irgendwie also hier gibt es ein leben ja aber wo ist da ein stern drin ich dachte man müsste hier irgendwo mit wario gegen hauen aber irgendwie passiert da nix das schlimme ja man und gleich habe ich kein keine lebensenergie mehr ich muss irgendwo was herkriegen da kam einfach aus dem nix und ding der stern in der festung ja aber weißt du was ich bemerkt habe beim turm der schatten von den plattformen die da sind ne unter den schatten siehst du einfach die münzen wo ist ein schalter und wo kommt man schatten was ein schatten nein ich bin ich bin ich ich gucke auf den chat da wo ist ein schalter wo ist dieser schalte ich rede immer noch vom chat was was redest du für von einem schatten beim turm die plattform die machen doch ein schatten ne ja ich habe mehr bei dem schatten sieht man da durch die münzen das war's juhu was bringt das es ist schön dass du das bemerkt hast hier ist auf jeden fall das was ich suche oder nee hatte ich diesen stern schon ich weiß ehrlich nicht also ich glaube den schalter hatte ich doch auch schon oder nicht aber ich will guck doch einfach jemand wenn ich ins level gehe wie das ding heilt bis da war es natürlich nicht weiter okay mit mario luigi etc zerstören welche stein blöcke moment und das die ebene außen lang stein blöcke ich sehe keine stein blöcke hier sind stein blöcke ok ja aber den habe ich doch schon warum kriege ich hier noch sterne erzählt die ich schon habe achtet doch mal drauf welche ich machen soll bitte oder ich meine ich hab den auch man den kleinen bomb den kriege ich nicht weg ja beruhig mich lieber sonst gibt es gleich eine eskalation ich suche immer noch nach dem ich suche immer noch nach dem stern den ich jetzt zu holen habe nicht nach irgendwelchen anderen ok so hier ist dieses ding aber wenn er jetzt so ein stern misst ich möchte mich entschuldigen der ist ja wirklich der warum warum wurde mir die ganze zeit gesagt ich brauche war hier dafür da hat mich derjenige angelogen der gesagt hat ich brauche war ja das macht auch den stream witzig nein das macht mich traurig ich finde das nicht lustig ich raste hier aus und sagt böse sachen vielleicht noch zu leuten die mir einfach nur helfen wollen und ja sorry hab mich geirrt toll danke ja minus punkt oh man oh man so jetzt habe ich aber den stern gut so alles ist okay alles ist okay ich habe den stern ich habe den stern ich bin glücklich also danke an r.s. für den tipp den ich erst gar nicht so als für wahrgenommen habe weil ich mir jemand anders irgendwie erklären wollte dass ich wario brauche und ich nicht wusste dass ich diesen stern noch nicht hatte